. So, recht herzlich willkommen zu einem schnellen Lieferdatum-Update hier bei Pörl-TV. Brandaktuelle Nachrichten also aus unserer Redaktion bezüglich der Lieferbarkeit einiger Top-Artikel bei uns im Hause. Und ich glaube, da habe ich gerade zu Beginn eine richtig gute Nachricht für Sie. Sie haben mit Sicherheit schon mal etwas von Balkon-Solaranlagen gehört. Ein Thema, was in meinem Bekanntenkreis so ziemlich jeden beschäftigt aktuell. Denn jeder möchte ganz einfach etwas diesen enormen Stromkosten entgegensetzen können. Und da bieten sich sogenannte Balkon-Solaranlagen absolut an. Egal, ob jetzt irgendwo direkt am Haupthaus montiert, an einem Balkongeländer oder beispielsweise auch einfach mal auf einem Gartenhäuschen oder einer Garage. Diese Balkon-Solaranlage bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 600 Watt an Strom selber zu produzieren. Und das nimmt diesen enorm gestiegenen Stromkosten wahrscheinlich auch bei Ihnen zu Hause ein Stück weit den Schrecken. Absolut im Aktionspreis noch zu haben, lieferbar in begrenzten Stückzahlen. Und das entweder mit 19% oder mit 0% Mehrwertsteuer. 0% Mehrwertsteuer bitte dann wählen, wenn Sie das Ganze fest installiert an Ihrem eigenen Haus oder eben auf Ihrem Grundstück in angrenzende Gebäuden installieren möchten. Dann sparen Sie nicht nur mit der Mehrwertsteuer, sondern auch entsprechend im Aktions-Sonderpreis aktuell bei Pöll TV in begrenzten Stückzahlen. Deswegen bitte schnell sein. Also gerade das Thema Solar ist bei unseren Kunden ein brandaktuelles Thema. Und dann haben wir jetzt auch noch etwas für die Motivation im Bereich Fitness, aber auch um ganz einfach mal nachzuschauen, wie sieht es denn eigentlich aus mit meinen Vitalwerten? Was macht mein Puls? Was macht mein Blutdruck? Was macht meine Körpertemperatur? Wie viele Schritte bin ich heute gelaufen? Wie viele Kalorien habe ich dabei beispielsweise noch verbraucht? Und all so etwas können Sie sich ganz einfach mit Ihrer Fitness-Smartwatch anzeigen lassen. Da ist ein Schrittzähler drin mit einem eingebauten Kalorienrechner, der zeigt Impuls, Blutdruck, Körpertemperatur, Blutsauerstoffsättigung an. Ist vielleicht auch dann ganz interessant, wenn man vielleicht auch jetzt im bevorstehenden Urlaub mal so ein bisschen körperlich aktiver wird und ganz einfach mal wissen möchte, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus. Also Ihr Motivator fürs Handgelenk natürlich jederzeit mit Ihrem Smartphone zu koppeln. Das gute Stück ist wasserdicht und macht so ziemlich alles mit, was der Alltag so hergibt. Und vor allen Dingen ist es richtig günstig, aktuell Ablager noch zu haben für knapp 124 Euro mit der ZX5291 und der 569. Auch da bitte schnell sein. Bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir viele Kunden, die da im Vorfeld schon zugegriffen haben. Sie kennen mit Sicherheit auch unseren aktuellen Katalog. Die meisten von Ihnen, davon gehe ich mal aus. Und vorne auf dem Titel des Katalogs finden Sie eine fantastische, vor allen Dingen richtig günstige und top ausgestattete sogenannte WLAN-IP-Kamera zur Überwachung von Innenräumen. Deswegen ganz interessant, weil Sie mit dieser Kamera definitiv keinen toten Winkel mehr haben werden. Diese Kamera zeigt deutlich mehr als nur einen kleinen Ausschnitt eines Raums. Der zeigt Ihnen nämlich an, was unten, was oben, was rechts und links im Raum passiert und nimmt das natürlich auch zuverlässig auf. Bitte noch eine separate Speicherkarte ergänzen. Der Vorteil allerdings bei einer sogenannten WLAN-IP-Kamera ist ganz klar das, was Sie gerade hier schon sehen. Sie können jederzeit ganz einfach mal, auch vom Urlaubsort im Übrigen, auch vom anderen Ende der Welt, mal eben kurz in die Kamera mit Ihrem Smartphone reinschalten und gucken, ist bei mir zu Hause noch alles in Ordnung? Was macht der Hund? Habe ich die Balkontür zugemacht? Habe ich den Topf vom Herd genommen? All diese Dinge, die Sie interessieren können, werden Sie auf der Kamera sehen und das für noch nicht mal 40 Euro. Ab dem 25. Juli übrigens wieder lieferbar, das heißt noch ein paar Tage Geduld, aber gerne jetzt schon vorbestellen. Urlaubszeit ist natürlich eine Zeit, wo man unglaublich viele neue Eindrücke sammeln möchte, wo man nicht nur sehr viel sieht, sondern sicherlich auch mal das ein oder andere hochgerätige Video drehen möchte von den schönsten Zielen der Welt. Und da bietet sich ganz einfach ein leicht zu bedienender Camcorder mit Sony-Sensor und einer 4K-UHD-Auflösung an. Sie wissen, wenn Sie sich mal damit beschäftigt haben, dass so ein Gerät gerne mal 300, 400 Euro im Fachhandel kosten kann. Wir haben den für etwas mehr als knapp 140 Euro mit 4K-UHD-Auflösung, mit automatischem Weißabgleich, mit automatischem Bildstabilisator, mit Slow-Motion-Funktion, mit Zeitraffer-Funktion und einem 18-fachen digitalen Zoom. Um unglaublich leicht zu bedienen, auch für einen reinen Anfänger schnell zu erlernen. Und ich glaube, das ist genau die Qualität, die Sie für Ihre Urlaubsvideos haben möchten, auch für Hochzeiten, Geburtstage, Kommunionen und so weiter. Da möchte man wunderschöne Eindrücke natürlich sammeln und auch erhalten. Ist wieder lieferbar ab dem 7. August, liebe Zuschauer, deswegen am besten jetzt schon vorbestellen. Bleiben Sie doch einfach gleich dran, denn jetzt geht es mit dem normalen Programm weiter.